Schlüssel hast du mit? Ja, mhm. Ah! Tot! Was? Tot. Ja, ja. Es war klar, man. Loote kein Skeff an der Tanke. Es ist so sinnlos. Ich habe keinen Schuss gehört. Na ja, lass uns erst mal gucken, wo wir sporen. Wenn wir scheiße sporen, ist es... Ja, können wir trotzdem hin, dann sind die vielleicht auch schon weg. Wir sind sehr gut, das sporen. Ne, wir sind scheiße, das sporen. Wir können ja oben hinlaufen, rüber zur Tankstelle. Ach stimmt, hier oben gibt es auch manchmal guten Loot. Willst du looten? Na, du willst gleich durch, oder was? Naja, mir ist es egal. Was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen. Oh, Gunpowder. Nice. Ein hässliches Cap. Ich renne schon mal Richtung Tanker. Okay. Oh, Alter. Diese Geister-Steps da. Ja, das nervt. Oh, wieder Tangesäckchen. Ist das jetzt verletzt, oder was? Ja, irgendwie schon. Wollen wir hinten rein? Können wir machen. Prost, Käfts. Na, ich höre schon. Wrenn hin, schnell. Damit ich ja nicht so lange... Ich weiß nicht, wo er ist. Oh, er ist draußen. Er ist links rum. Nicht da. Oh, hier wird es beschossen. Ach, das war trüb auf der anderen Seite. Echt? Echt? Ich krieg das immer nicht so... Links rum, sagst du? So, ich trau mich hier grad nicht raus. Kommt einer gerannt. Was geht? Boah, ey. Boah, ey. Alter. Der rennt einfach hier durch. Mein Gott noch mal. Kann's doch nicht sein, ey. Der ist einfach durchrannt, ja? Ja. Ich muss grad mal nachladen. Mhm. Der ist praktisch an dir vorbei. Ja. Äh, komm. Ich hör was. Ich auch. Boah, ey. Was ist denn noch mit diesen Scales los? Du hast dich jetzt getroffen, oder? Was? Nee. Hab ich nicht. Hab ich ihn jetzt erwischt, oder hast du ihn erwischt? Keine Ahnung. Ich glaube, er ist hinter dem Container. Ich mach dem Spuk jetzt ein Ende. Da ist er. Da ist er. Ich hab meinen Headshot verpasst. Da rollt er den Berg runter. Der Trottel. Ich lad nochmal hier hinten, na? Wischui. Das heißt wahrscheinlich Sichtkontakt oder sowas. Keine Ahnung. Wo wollen wir hin? Turms oder was? Ja. Hast du die Kassen hier gelootet? Die Kassen? Nee. Da kannst du dich schadlos halten. Jawoll. 1000 Rubel. Sehr gut. Läufst du draußen rum? Nee. Da drin. Okay. Ichi Priggi. Da hinten ist noch einer. Der ist hinter uns, oder? Geh mal kurz raus. Er kommt gerade durch den Zaun rein. Boah, leck mich. Haha. Mal hörts nur. Wo machen, Alter? Er läuft immer noch, Alter. Passten? Jetzt hab ich ihn. Okay. Ich muss mich schnell heilen. Einmal durch. Wie er durchfaucht, Junge. Mit der Teufel frädern. Es frisst. Geh den mal looten. Okay. Sag Bescheid, wenn wir Turms aufbrechen. Schlüssel hast du mit? Ja. Ah! Tod. Was? Tod. Ja, ja. Es war klar, man. Loote kein Skeff an der Tanke. Es ist so sinnlos. Ich hab keinen Schuss gehört. Der ist wahrscheinlich oben auf dem Felsen. Also. Dies war's. Voll in den Kopf. Der ist oben auf dem Felsen. Garantiert. Okay. Liegst du draußen vor dem Fenster? Ich lieg genau bei dem Skeff. Quasi links. Also. Also neben der Tanke. Bei den Fässern dort. Also halt dich ruhig. Der wird versuchen, dich zu looten. Äh, mich zu looten. Ich bin so dumm. Warum mach ich das auch? Wegen dem Trinken, ey. Mhm. Versuche dich mal. Nee, mach das bloß nicht. Dich zu rechnen. Ach so, ja. Rechnen, ja. Rechnen ist gut. Die hier. Der ist gut zu. Der ist gut. Der ist gut. Ach so, das ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Das ist gut. Der wird endlich in Wörtern. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Keiner da? Bin jetzt mal rundherum gerannt. Oh, jetzt? Jetzt kommt auch noch ein Sprung. Da kommt schon gut im Beutel. Siehst du mich? Ich sitze neben dir praktisch. Ich hab ihn. Toten? Sehr gut. Dann schmeiß ich mein Zeug vielleicht. Achso, nein. Gefährlich. Der Huchensinn. Die Weste ins Gebüsch schmeißen, das wäre schon geil. Aber nicht, dass es jetzt auch noch drauf geht. War das der mit drei Buchstaben in der Marke? Warte. Wo ist denn jetzt das Ding? Ach ja, warte. Die DILZ oder sowas hieß der? Ja, genau. Genau, genau. Und das Beste ist, er hat Wasser und Essen dabei. Alter. Das, was du wolltest. Dann schmeiß ich mal. Hast du Rucksack aufgehabt? Ja. Okay. So, deine Pistole habe ich. Die Waffe habe ich weggeschmissen. Zwei Magazine. Dein Saliva. Ja. Durch einen Schlüssel. Alu-Splint. Den Schlüssel hatte ich gerade gefunden. Okay. Tja, jetzt musst du so noch irgendwie raus schaffen. Ja. Hört schon. Hört schon, da bin ich ja hingeschmissen. Oh, da bin ich ja hingeschmissen. Ja. Ja. Ich habe ihn umgelegt. Du willst gerade? Warum? Weil er es wissen wollte. Alter, was hat der für eine Brille auf? Ja, 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 ja. Das hat er für eine Knappe. Das ist bestimmt ein beschissener Sniper da oben. Okay. 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 Danke. Jetzt haben wir Tüten umgeniedert. Fetten Loot. Und hier habe ich ein bisschen was mit raus. Das andere habe ich ins Gebüsch. Das kommt morgen. Also kommt eigentlich komplett alles zurück. Eine Magazine habe ich noch wegen der Munition. Hallo. Bis zum nächsten Mal.